Herzlich Willkommen zum Finanzen und Philosophie Podcast, der Podcast für frische Gedanken und neue Denkanstöße. Wir wünschen euch viel Spaß mit Kehl Gerken, Marlon Carstens und Henrik Rentsch. Good morning in the morning. Hallo Marlon. Guten Morgen Henrik, hi. Jetzt sind wir beide wieder dran. Wir wollen direkt rein. Können wir. Wir haben uns kurz vorbesprochen, haben gesagt, aus gegebenem Anlass, überall wird alles teurer. Wollen wir mal darüber sprechen, was ist eigentlich einfacher? Ich stelle mal die These vorher so in den Raum. Kann ja jeder schon mal mitdenken, was er meint, was einfacher ist. 500 Euro im Monat einzusparen oder 500 Euro im Monat mehr einzunehmen, also zu verdienen. Das ist so die Überschrift. Und wir beide haben uns hier auch einige Notizen gemacht und gehen der Sache mal auf den Grund und vielleicht kommen wir auf eine Antwort. Wollen wir mit dem Thema Sparen anfangen? Wo sparst du? Aktuell Freizeitaktivitäten ist, glaube ich, mit der Größe Punkt und Essen gehen. Ja. Ich glaube, das sind so Stand jetzt gerade so die Größten. Du kochst ja auch eh viel, ne? Also selber. Ja, aber also trotzdem. Mal irgendwie abends essen gehen und so weiter, war halt schon, wenn ich mir jetzt nur die Vergangenheit anblick oder anschaue, war es eher ein größerer Posten als es jetzt ist. Mhm. Tanken, ja, okay, haha. Kann ich nicht großartig einsparen. Außer ich suche mir jetzt wirklich eine Alternative, aber gut, das mit dem 9-Euro-Ticket hat sich ja sowieso wieder gelegt. Das hast du ein paar Mal genutzt, ne? Ja. Aber, boah, das ist auch schon was anderes. Und ansonsten, mein Einkaufsverhalten ist jetzt nicht großartig anders. Wenn du, wenn du, das ist eine spannende Frage, wenn du aus dem Supermarkt kommst und hast, keine Ahnung, für 50 oder 100 Euro den Wocheneinkauf da gemacht, weißt du dann drei Stunden später noch, was die Sachen gekostet haben? Nö. Ne? Okay. Das kostet Butter? Ja, gut. Guck mal, ich dachte immer, ich weiß es nicht. Ich dachte immer, das wäre normal. Irgendwie habe ich das immer noch im Kopf. Also ich kann dir den gesamten Einkauf runterbeten. Was, was gekostet hat. Und ich kann dir auch sagen, was das vor einem halben Jahr ungefähr gekostet hat. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich will das gar nicht. Aber, weiß ich nicht. Ich, es soll jetzt nicht so klingen, dass das, also, dass ich mir alles leisten kann, was ich will irgendwie. Aber ich bin, ich bin halt irgendwie so groß geworden. Wir können uns alles kaufen, was wir möchten und müssen nicht darauf gucken, wie die Preise sind im Supermarkt. Aber dir fällt dann schon auf, aktuell? Natürlich. Also ich sehe natürlich, okay, es ist jetzt schon deutlich, deutlich teurer. Wo du sonst 40 Euro hattest, steht jetzt 65 oder so, ne? Ja, genau. Ich gucke jetzt aber nicht drauf, okay, ey, das kostet jetzt 1,69, hat vorher 1,29 gekostet. Also, mir fällt es natürlich auf, aber ich merke nur die einzelnen. Und der Clou ist aber auch, die Menge in der Packung wird kleiner. Der Preis ist gleich. Ja, ja, das kommt auch noch dazu, natürlich, klar. Irgendwie so eine, keine Ahnung, Bio-Salami, vorher 120 Gramm, jetzt sind es 85 Gramm. Der Preis ist der gleiche, aber 30 Prozent weniger drin. Klar, eben. Ja, anderer Posten, also Shopping, Klamotten und so weiter, war ich sowieso noch nie so der große Ausgabentyp für. Oder Ausgaben, ja, so Ausgabenaffin für. Hat sich auch nicht großartig verändert. Also, ich würde es auf die beiden Punkte beschränken eigentlich. Wie ist es bei dir? Oh, ich habe mir dieses Jahr das erste Mal ausgerechnet, was eine einzelne Glühbirne an Strom verbraucht. Einfach, um es mal zu wissen. Was meinst du, was eine... Das war eine Antwort, mit der ich nicht gerechnet habe. Was eine Glühbirne pro Jahr an Strom verbraucht. Wenn die so 40 Watt hat oder so. Pro Jahr. 50 Euro. Ich weiß es nicht. Ist es mit Blinde gerade? Sechs. Ja, okay. Kann ich nichts mit anfangen. Also, in meinem Beispiel. Ich habe dann irgendwie mit fünf Stunden pro Tag ist die an. Sommer wie Winter, also so ein Durchschnitt gebildet. Sechs Euro. Aber wenn du jetzt halt eine Wohnung hast mit irgendwie 20 Lampen und zehn davon sind an, dann hast du es schon mal, ne? Kannst du selber ausrechnen. Ja. Und dann kommt der ganze Rest dazu. Was kostet eine Stunde Backofen auf 200 Grad? Das habe ich deswegen ausgerechnet, weil ich wissen wollte, was kostet denn, wenn du selber ein Brot backst, was kosten die Zutaten? Ja. Das waren irgendwie 1,30 Euro oder so. Also Mehl und, keine Ahnung, Löffel Honig, bisschen Saat oder sowas rein. Also, ich persönlich würde jetzt sagen, weil Backofen einfach mehr Energie zieht als irgendeine Glütbirne und das nur einmalig ist, weiß nicht, dann würde ich es wahrscheinlich gleichsetzen. Fünf Euro, sechs Euro, sieben Euro, vielleicht sogar zehn Euro, keine Ahnung. Also so 70 Cent bis ein Euro ungefähr, wenn du eine Stunde den Backofen... Ja, aber das läppert sich ja auch. Wenn du das jeden zweiten Tag machst... Ja, stimmt, das ist auch eigentlich... Hast im Monat schon 15 Euro nur durch den Backofen. Ja. Okay. Und dann kommt noch der Herd, dann kommen die Glühbirnen, dann kommt der Fernseher, dann kommt die Leiste, die man nachts nicht ausmacht. Ja. Das frisst nicht so viel, aber... Ey, kommt drauf an, hast du noch einen Tiefkühler, der frisst auch Strom und, und, und. Waschmaschine, Geschirrspüler. Okay, um den Bogen jetzt wieder zu meiner Ursprungsfrage zu kriegen, was sind so... Also ich bin noch in dem Status, dass ich mir leider, also ich komme da nicht anders ran, ich muss mir erstmal bewusst machen, was verbrauche ich denn überhaupt, bevor ich jetzt sagen kann, da kann ich einsparen. Okay. Ich habe mittlerweile, glaube ich, jede Birne, jede Glühbirne, die es gibt, auf hier, wie sagt man, Energiesparlampen oder LED oder sowas umgeswitcht. Das hat aber die letzten zehn Jahre gedauert. Das ging mir mal los bei Ikea, gab es die dann für 3,99, zwei Stück, dann hat man die mal mitgenommen, in die Lampe geschraubt. Ich kaufe dann die nächste, wenn du heute Lampen kaufst, kriegst du die nur noch mit Energiesparlampe. Also mittlerweile ist der Punkt schon ganz gut. Ich koche viel, das heißt, ich habe dann zwei Herdplatten an, ich habe den Backofen an, an der Stelle kann und, muss ich auch gestehen, will ich auch nicht sparen, weil mir macht Kochen Spaß, es ist lecker, es ist frisch. Es sind ja jetzt auch nicht so die großartigen Sachen, die man einsparen kann und die man irgendwie so generalisieren oder, ja, heißt das generalisieren? So allgemein pauschalisieren, ja, kann, weil, ja, man macht ja irgendwas damit. Also, wenn ich irgendwie sage, ja, ich spare mir jetzt vier Stunden den Backofen auf einen Monat, ja, das sind dann zwei Euro, wie du jetzt gesagt hast, oder drei Euro. Es war ja nur ein Beispiel. Also, ich rede jetzt auch von den größten Posten, also das kann man natürlich auch irgendwie immer sagen, okay, weniger Licht an, weniger heizen und so weiter. Das sind natürlich dann auch Kosten, die man natürlich sparen kann, aber ich rede jetzt auch von den größten Posten, wo man es halt wirklich krass merkt. Ja, lass uns mal durchgehen, also kann man beim Thema Miete, also Miete baut sich ja auf, also wenn du jetzt zur Miete wohnst, ne, mit der Kaltmiete, die an den Vermieter geht und dann hast du noch die Nebenkosten, Vorauszahlung. Kannst du an der Kaltmiete was ändern? Nö. Eigentlich nur bedingt, ne? Kannst du von mir ja fragen, ob ich sie nach oben schrauben kann. Ja, das können sie so fragen. Aber wenn es ortsüblich ist oder vielleicht sogar unter dem örtlichen Durchschnitt ist es unwahrscheinlich, dass du die reduziert bekommst. Bei den Nebenkosten, hast du da direkten Einfluss? Ja, indirekt. Indirekt, ne? Ja, bei der Vorauszahlung, wie dein Name sagt, ist es eine Vorauszahlung. Entsprechend kann man natürlich so wirtschaften, dass man am Ende des Jahres vielleicht was wiederbekommt. Ja. Und dass sich dann die Vorauszahlung nicht großartig verändert. Heizkosten zum Beispiel, ne? Genau. Bei uns hat sich jetzt die Vorauszahlung zum Beispiel verdoppelt. Könnten wir verdoppeln? Einfach um zu gucken, hey, wir rechnen mit höheren Preisen. Das hat so die Verwaltung festgelegt. Das heißt, ist natürlich... Das heißt, von welchem Betrag auf welchen? Nur mal so, dass man sich das vorstellen kann. 200 auf 400. Oh doch, ja, so heftig, ne? Also es ist aber nur, also die sagen, sie können es machen, müssen es nicht. Aber dann kann es natürlich sein, dass sie eine Vorauszahlung haben. Eine Nachzahlung. Eine Nachzahlung, Entschuldigung, ja. Ja, ja, das wird kommen, ne? Das wird kommen. Es ist natürlich nur eine Möglichkeit, den Mietern dann zu sagen, hey, leg das Geld jetzt schon mal beiseite, dass du da nicht überrascht bist. Ja, wie so ein Sparbuch sozusagen, ne? Ja, das sind harte Zeiten. Ja. Also, oder andersrum, wir kennen es halt nicht, dass man sehr hohe Heizkosten hat, jetzt durch Gas und wir wollen das fast gar nicht aufmachen. Hat viele Gründe. Ja. Ja, hauptsächlich der Krieg. Also man kann, aus meiner Sicht sollte man sich erstmal bewusst machen, was man verbraucht und dann gucken, wie kann ich da was zu einsparen. Ich könnte ja auch sagen, ich mache nur noch Gerichte, wo man weniger den Herd anhat oder den Backofen. Könnte ich ja machen. Klar, natürlich. Das ist jetzt der Prozess, in dem ich noch drin stecke. Ansonsten versuche ich, so wenig Benzin oder Diesel zu verbrauchen wie möglich. Ich fahre viel Fahrrad, ich gehe viel zu Fuß. Essen gehen, ich habe Family, zwei Kinder, die noch ganz klein sind. Da ist das Thema Essen gehen eher zu Hause, oft. Klamotten, ich habe den Kleiderschrank, ich bin jetzt umgezogen vor drei, vier Monaten. Da hast du ja sowieso jedes Teil nochmal in der Hand. Ich habe wieder aussortiert, wieder was weggegeben, Altkleider, wo auch immer. Und ich habe immer noch den Schrank voll. Alles voll. Und ich ziehe das nicht alles an. Vielleicht ziehe ich ein Viertel oder ein Drittel an. Das heißt, ich habe immer noch zu viel Zeug. Man kauft sich mal ein paar Unterhemden dazu oder ein paar Socken oder mal eine Hose. Aber Klamotten shoppen gehen, so alle zwei Wochen, das mache ich gar nicht. Du hast es ja auch gesagt, machst du auch nicht. Ich habe aber auch nicht so viele Klamotten. Also ich weiß noch, als ich umgezogen bin, ich habe eine Kommode und zwei Kartons gehabt. Ey, hast du auch weniger zum Verwalten. Ist doch super. Gut, da sind jetzt natürlich alle Sachen sowas, was natürlich Couch und generell den allen ganzen Schnickschnack mit Sachen, die in der Küche stehen und so weiter, das sind jetzt nur meine Klamotten und Sachen, die ich anziehe und, also Klamotten primär und alles so drumherum. Also kenne ich andere, die deutlich, deutlich mehr haben und das in den Keller stellen und noch einen neuen Kleiderschrank aufmachen und wie auch immer. Ja, man kann sich oft, also bei mir auch, ich muss mich doch immer überwinden, man trennt sich so ungern von Sachen. Ja, weil man irgendwie mit diesem Gegenstand natürlich auch irgendwas verbindet. Das hatte ich da und da an oder das hat mir mal gepasst. Das passt mir bestimmt irgendwann wieder. Eigentlich finde ich es schön, aber doch nicht. Ja, ich könnte das doch dann und dann mal wieder tragen. Macht man ja nicht. Ja, nee. Einen wichtigen Punkt beim Thema, also ich bin jetzt noch im Haushalt, ist das Thema Lebensmittel. Kann man an Lebensmitteln sparen? Ja, kann man. Geht das auch immer mit weniger Qualität einher? Wahrscheinlich nicht. Was wäre das Beste, um gleiche Qualität zu haben und aber was einzusparen? Ich hätte letzte Woche mit Kale schon mal so grob drüber philosophiert. Regional. Ja, ich würde aber sagen, dann Gerichte kochen, die nicht so einmalig dann sind, sondern große Portionen, die halt länger halten. Zwei, drei Tage oder was einfrieren. Ja, genau. Auch super fürs Büro, Tag vorher auftauen, zack, hast schon ein geiles Mittagessen. Ja. Regional und saisonal. Ja. Kurze Wege, günstig. Ja, gut. Also wenn du jetzt gerade auf dem Wochenmarkt bist und kaufst Äpfel, Hülle und Fülle, 30 verschiedene Sorten, im Mai kriegst du keine dollen Äpfel. Und wenn, sind die gelagert? Mhm. Schmecken auch, aber jetzt gerade kriegst du sie halt, ja, echt hinterhergeworfen. Kannst du auch nicht ewig lagern, aber du könntest jetzt sagen, ey, ich kaufe mir zehn Kilo Äpfel, zwei davon esse ich die nächsten zwei Wochen, mache ich ein bisschen Apfelmus, mega geil, hält den ganzen Winter, aber worauf kommen wir eigentlich als Antwort? Wir haben uns ja am Anfang gefragt, was ist einfacher, 500 Euro im Monat einzusparen über diese ganzen Punkte? Über Versicherung haben wir gar nicht gesprochen. Nee, stimmt. Das ist ja auch so ein Kostenpunkt jeden Monat, da kann man optimieren. Generell fix, also fällt mir jetzt gerade so ein, generelle Fixkosten, so irgendwelche Abos oder sonstige Kosten, die man einfach hat. Fitnessstudio, wo man nicht hingeht. Ja, genau. Sportvereine, wo man nicht hingeht. So einfach Fixkosten, wo einfach mal so 10er, 15 Euro, 20 Euro einfach runtergehen von. Braucht ihr wirklich Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Sky und, ne? Wie heißt das andere? Keine Ahnung. Egal. Ich weiß nicht mehr, welches du meinst, aber das sind ja auch die, die mir eingefallen sind gerade. Und Apple. Und Apple Plus, Apple Watch, ne, wie heißt das? Apple Watch. Ja, Apple. Vielleicht reichen auch ein oder zwei von diesen Streaming-Diensten, weil sich das natürlich läppert. Dann kommt noch Spotify mit einem Fünfer oder einem Zehner. Wenn du das zusammenrechnest, bist du auch bei 50, 60 Euro im Monat. Oft. Euer Handy-Tarif. Müsst ihr unbedingt das Handy mit im Tarif abbezahlen mit 70 Euro im Monat? Oder ist das vielleicht, kaufen wir eine schlauer, sich das Handy zu kaufen, einmalig und nur den Tarif dazu zu buchen für 15,99? Die Erfahrung zeigt, du sparst bestimmt 10, 20, 30 Euro im Monat, wenn du das so machst. Man muss natürlich das Geld dann haben. Du müsstest das Geld zum Kauf einmalig haben. Das stimmt. Nutzt das Handy länger. Nicht alle zwei Jahre was Neues. Warum nicht alle vier Jahre? Ja? Oder länger. Oder kauft euch nicht das neueste Modell, kauft euch das vom Jahr davor. Kosten Drittel oder so weniger. Gut, so spart man natürlich, also um den Schwenk jetzt zu unserem Thema zu finden, da spart man natürlich nicht 500 Euro im Monat oder generell an Kosten. Es ist ja eher sowas Allgemeines. Nee, du musst 100 mal 5 Euro sparen. Ja. Ist viel, ne? Ja. Aber das läppert sich. Also 5 hier, 5 da, 5 da. Ja, ein 5er ist ja nix. Ja, genau. Aber wenn du einen Haufen davon hast, dann schon. Genau. Verstanden. So, aber in Summe ist ja das Sparpotenzial begrenzt. Irgendwo ist eine Grenze. Mir ist noch eine Sache eingefallen. Es kommt tatsächlich aber, also um das Thema einfach generell nochmal auszuschmücken, es kommt natürlich aber auch auf das Gehaltsgefüge an. Für jemanden mit 1500 Euro netto ist natürlich fast unmöglich eigentlich 500 Euro im Monat einzusparen. Das ist richtig. So, aber für jemanden, der 7000 Euro netto im Monat hat, ist es sehr wahrscheinlich einfacher. Ja. Weil da vielleicht auch einfach eine ganz andere Kostenstruktur drin ist oder es ist einfach eine andere Kostenstruktur drin. Ich gebe viel öfter essen, ich kaufe mir viel mehr Klamotten, ich gebe viel mehr Geld für Sachen aus. Wir sprechen da jetzt auch sehr pauschal drüber. Genau. Also, wie Marlon schon sagt, also jeder hat so seinen eigenen Tanzbereich finanziell, den er kennt und in dem er sich bewegen muss. bei dem einen sind das dann vielleicht 150 Euro und bei dem nächsten, der dann, was hast du gesagt, 7000 Euro netto verdient, der sollte mal gucken, dass er 1500 Euro vielleicht mehr spart oder, oder, oder ihn halt nicht ausgibt. Wir haben jetzt so einen Mittelwert uns jetzt mal gebildet, ne, mit diesen 500. Das ist auch dann pro Haushalt zu sehen und nicht pro Person. Wenn ihr ein Single-Haushalt seid, dann seid ihr natürlich alleine, aber wenn ihr eine Familie seid, dann seid ihr ein Haushalt. So, so haben wir uns das gedacht. So, aber selbst wenn ich das jetzt schaffe, 500 Euro einzusparen, ähm, 1000 Euro einzusparen mit den gleichen Sachen, ist wahrscheinlich nicht möglich. Ne. Weil dann esse ich nur 20 Tage im Monat was und nicht 30, äh, das ist irgendwie doof. Ich könnte anfangen zu fasten, so, aber es ist irgendwo natürlich bequenzt. Das kannst du ja auch nicht langfristig jeden Monat machen. Ne, und mit Kindern sowieso nicht. Also kannst du nicht deinen Kindern sagen, so, wir fasten jetzt. Du isst jetzt einen Monat gar nix. Ja, oder eine Woche nicht, ne, das ist Käse. Geh draußen spielen und mach die Hand voll Sand. Ja, genau, schmeckt auch. Wollen wir uns jetzt mal die Seite angucken. Ich versuche 500 Euro mehr zu verdienen. Ja, oder einzunehmen, ne. Oder einzunehmen. Was ist das, der einfachste Weg? Ja, also die meisten sind natürlich in einem Angestelltenverhältnis, deswegen würde ich sagen, Gehaltserhöhung ist wahrscheinlich der einfachste Punkt, weil die Arbeitgeber merken das natürlich auch, alles wird teurer. Ja, klar. Und jeder Arbeitnehmer muss natürlich auch irgendwie wertgeschätzt werden, dass dann die Inflation irgendwie aufgefangen wird. Was würdest du mir denn jetzt empfehlen? Ich bin jetzt angestellt und ich sage, ah, ich würde jetzt irgendwie gerne netto 500 Euro mehr haben. Das ist ja brutto deutlich mehr, je nach Steuerklasse. Was würdest du mir jetzt vorschlagen? Wie sollte ich denn da vorgehen, wenn ich mit meinem Chef spreche? Oh, ich glaube, da bin ich der falsche Ansprechpartner für. Ich weiß es nicht. Würdest du jetzt sagen, ey Chef, ich brauche mehr Geld, weil mein Einkauf wird teurer? Kein Argumentativ muss man das natürlich anders ausschmücken. Ja, wie denn? Ja, sie haben es doch auch mitbekommen oder sie merken es bestimmt auch, alles wird teurer. Also du begründest es aber weiterhin mit Inflation und warum begründest du es nicht mit dem Wert deiner Arbeit? Geht auch, natürlich, klar. Aber der Hauptgrund ist ja wahrscheinlich, also dann kann man es ja natürlich auch vorher machen. Also unabhängig davon, ob jetzt eine Inflation groß ist oder nicht, kann man doch immer argumentieren mit, meine Arbeitskraft ist viel mehr wert oder mehr wert als das, was ich bekomme, oder? Also ich empfehle seit jeher Leuten, wenn sie sagen, ich würde auch gerne mehr Geld verdienen, ja, dann bereitet euch darauf vor. Guckt, was bringt ihr der Firma, für die ihr arbeitet, für einen Mehrwert? Was habt ihr zuletzt so erreicht? Was habt ihr für Verantwortung übernommen? Und, und, und. Und dann kommt mit einer klaren Gehaltsvorstellung. Ist natürlich aber auch schwierig, ne? Also, für uns ist es natürlich einfach, so zu argumentieren, weil wir einfach an dem Geldverdienen dran sind. Also wir sind ja an dem Fluss nah dran, okay, was fließt für ein Geld, was fließt für eine Provision innerhalb der Banken und so weiter und was kommt auf das Firmenkonto. Aber auf, also der Großteil, der angestellt ist in einer Firma, weiß ja nicht, hey, für was, also. Ich erzähle dir eine Geschichte von jemand, der mich mal gefragt hat, Mensch Henrik, ich bin schon echt, ich gebe Vollgas in der Firma und ich hätte gern mehr Gehalt und ich weiß aber nicht, wie ich das machen soll und, und, und. Und ich sage, pass auf, was machst du den ganzen Tag? Der arbeitete im Einkauf für so Metall, also Metallverarbeitung war das, es wurde viel Metall eingekauft und Zubehör und Ersatzteile und sowas. Und ich habe gesagt, wenn du einen Lieferanten am Telefon hast, dann kannst du den doch fragen, Mensch, hier die Schraube, die soll zwei Euro kosten. Du darfst den doch fragen, Mensch, verkaufst du mir die auch für 1,80 Euro? Was sagt der dann? Ja, weil du es bist, klar, ihr kauft ja auch tausend Stück davon, machen wir. Das musst du nicht machen, oder? Also du musst nicht fragen, ob du einen Rabatt bekommst. Wahrscheinlich nicht. Kommt aber der Firma zugute, oder? Die sparen sich jetzt tausendmal 20 Cent. 200 Euro. Und das war nur ein Anruf. Wenn du das jetzt zehnmal machst, dann hast du der Firma schon 2000 Euro gespart. Wahrscheinlich in einer Woche. So, du bist aber vier Wochen da. Merkst du? Also selbst wenn du in einer großen Firma nur das vermeintlich kleine Rädchen bist, hast du aber einen Effekt auf das Gesamtergebnis. Und das musst du rausfinden, was das ausmacht. Und je nachdem, was du für einen Chef hast, wird er dafür auch offen sein, wenn du so argumentierst. Wenn du aber reingehst und sagst, Chef, ist alles scheiße, ich will mehr Geld. Also mehr Geld ist ja schon nicht definiert. Du kannst auch nicht sagen, ich will 300 netto mehr. Ist auch Käse, weil der Chef weiß ja gar nicht, was du für eine Steuerklasse hast. Für ihn sind Bruttoausgaben wichtig. Bruttogehalt. Nicht netto. Dem ist völlig egal, was du netto verdienst. Oder was das bei dir netto ausmacht. Für den ist Brutto wichtig. Also musst du sagen, ich will 400 netto mehr, ich brauche 700 Brutto. Dann sagst du, Chef, ich brauche 700 Euro Brutto mehr, weil ich dieser Firma einen Mehrwert biete. Und schon ganz lange. Und zuletzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Sachen gemacht. Und habe noch den Azubi mit ausgebildet. Und habe noch die Sparte mit übernommen. Mit den 10 Lieferanten. Und sie können sich auf mich verlassen. Dann wird der ja einen Teufel tun und dir sagen, hier, wird nichts. Sondern dann macht er sich Gedanken, was kann er dir anbieten. Und dann wird er auf dich zukommen. Gut, vor allen Dingen, so eine große Firma hat natürlich auch wahrscheinlich die Kosten angepasst. Beziehungsweise natürlich auch die Preise für deren Produkte. Entsprechend wird auch nicht jeder Arbeitnehmer vielleicht dann auch so argumentativ an die Sache rangehen. Und auch nicht jeder nach einer super hohen Gehaltserhöhung oder eine super hohe Gehaltserhöhung fordern. Aber gut, wenn man wieder in großen Unternehmen sind, da wäre Svenja wieder spannend für diese Unterhaltung. Ja, Grüße an Svenja. Da wären wir jetzt gespannt, was du dazu sagst. Können wir vielleicht nochmal nachreichen, wenn wir mit ihr sprechen. Ich glaube, viel geben dann doch auch die Gewerkschaften vor. Genau, du hast gerade in großen Betrieben Gewerkschaftszugehörigkeit. Die kämpfen dann eine allgemeine Lohnerhöhung durch. Aber es ist halt eine allgemeine Lohnerhöhung. Ja, klar. Die nicht deinen persönlichen Wert für die Firma widerspiegelt. Also über diese global erkämpften Gehaltserhöhungen von einer Gewerkschaft hinaus würde ich jedem empfehlen, dass du für dich selber natürlich nochmal zusätzlich da kämpfst. Und das ist auch ein, das ist wie Tauziehen. Immer so ein hin und her und hin und her. Und damit bist du auch nie fertig. Das stimmt. Also wenn du jetzt einmal eine Gehaltserhöhung bekommst von brutto 700 Euro, netto 400, um bei dem Beispiel zu bleiben, heißt das ja nicht, dass das dir die nächsten 20 Jahre reicht. Natürlich nicht. Sondern du entwickelst dich auch wieder weiter, entwickelst neue Fähigkeiten. Also um das Thema einmal da abzuschließen mit der Gehaltserhöhung. Es gibt da Mittel und Wege. Aber ich würde euch empfehlen, geht nicht mit dem Vorwand Inflation ran, sondern findet sachliche Gründe, warum ihr das verdient habt, eine Gehaltserhöhung zu bekommen. Gut, Nebeneffekt ist ja aber trotzdem, also das ist ja, das ist ja trotzdem Grundlage für den Gedanken. Ich würde ja keine Gehaltserhöhung anstreben, wenn ich es nicht wirklich aktuell merken würde, dass das alles teurer wird. Doch, also ja, natürlich, klar. Aber ohne Inflation haben Leute ja schon Gehaltserhöhungen gefordert. Natürlich, klar, aber jetzt nicht so, also es ist jetzt nicht so präsent, also aus meiner Sicht gewesen, wie jetzt. Ja, das stimmt, weil jetzt auch alle drüber reden. Genau, also die Inflation gab es immer, die war noch nicht so hoch, noch nicht so spürbar. Ich weiß, was du meinst. Wir hatten noch so einen Side-Point zu dem Thema Gehalt, nämlich Nettolohnoptimierung. Ja. Also wenn ihr euch eh mit dem Gedanken schon angefreundet habt, euch ein Fahrrad zu holen oder so ein E-Bike, weil ihr weniger Auto fahren wollt, dann kann man auch den Arbeitgeber fragen, Mensch, kann man das nicht über das Bruttogehalt machen? So Jobrad und sowas gibt es ja. Dass du also, anstatt dass du selber dein Nettogehalt dafür aufwendest und in den Laden gehst und dir so ein Fahrrad kaufst, kannst du das quasi in Raten auch den Arbeitgeber zahlen lassen mit Versicherung und allem und du versteuerst das dann über deine Gehaltsabrechnung und, also du merkst es nur im Netto, so kann man das sagen. Also wenn das 100 Euro kostet im Monat, merkst du nur die Hälfte knapp. Das könnte man noch machen. Es gibt auch noch andere Nettolohnoptimierungen. Aber machen wir mal das Thema Gehalt und Co. einmal zu. Ich habe noch was. Und zwar Handwerk lernen. Ein Handwerk lernen oder Handwerken lernen. Damit ist nicht gemeint, dass ihr jetzt eine Tischlerlehre anfangt und euren Job kündigt, sondern ich bin Autodidakt. Kann man auch gut sein heutzutage mit YouTube und Co. Ihr wollt irgendwas euch kaufen, überlegt mal kurz, kann ich das auch selber bauen? Weil es ist meistens total entspannend, das zu tun. Ihr seid stolz auf euch, wenn ihr das fertig habt. Und es kostet meistens nur einen Bruchteil dessen, was ihr im Laden dafür bezahlt. Man kann dann auch selber Sachen reparieren. Man muss sich nicht neu kaufen, spart man wieder Geld. Man kann selber eine Wand streichen. Vernünftig muss keinen Maler kommen lassen, ist auch viel teurer. Oder vielleicht kannst du selber einen Tisch bauen oder einen Stuhl reparieren. Auf jeden Fall, klar. Also das ist eigentlich bei beiden Punkten. Also eigentlich ist es mehr beim Thema Sparen, weil wenn du Handwerken kannst, kannst du auch sparen. Spart man halt bei den Ausgaben wieder. Ich kaufe mir immer neue Sachen, sondern versuche möglichst viel zu reparieren. Hey, du könntest aber auch sagen, vielleicht gibt es eine Baufirma bei dir im Ort, die händeringend Leute sucht. Dann sagst du, hey, stellt mich an auf geringfügiger Basis oder nur zwei Wochen im Jahr. Vielleicht sagst du dann, hey, dann nehme ich mir von meinen sechs Wochen Urlaub, nehme ich mir zwei Wochen und arbeite irgendwo auf dem Dach mit und mache ein neues Dach, weil ich das kann. Und hast darüber eine Zusatzeinnahme. Ja, klar. Könnte, könnte man so machen. Und dann hast du noch einen Punkt gebracht beim Thema Einnahmen. Ich könnte mal aufräumen. Ich könnte mal Sachen loswerden, verkaufen. Ja, stimmt. Was hast du zuletzt verkauft, was so da mit rein zählt, was du nicht mehr brauchstest? Was materiell ist? Ja. Golfschläger. Das wird wahrscheinlich das letzte gewesen sein. Ja. Weil sonst würden die in der Garage oder im Schuppen vergammeln. Und je älter die sind, desto wertloser werden sie ja eigentlich. Also, vor allem merkt man das ja bei den neuen Modellen. Also, ja, spezielles Thema. Ja, genau. Ich würde das als letzten Punkt eigentlich geben. Da wir gerade umgezogen sind vor ein paar Monaten, da haben wir natürlich auch einiges nochmal verkauft. So, alten Kühlschrank, weil in der neuen Wohnung war schon ein Kühlschrank. Vieles aus dem Keller. Also ein Keller ist ja deswegen Keller, weil da Sachen liegen, die du nicht mehr benutzt. Da müsste man eigentlich mal länger drüber nachdenken. Schmeiß sie doch gleich weg. Verschenk sie oder verkauf sie direkt. Weil sobald sie im Keller sind, bleiben sie da. Das stimmt. Verschwinden auch nicht. Nee. Werden eher schlechter im Zustand. Und irgendwann kannst du sie einfach nur noch wegschmeißen. Oft. Deswegen Keller rückbauen. Brauchen wir eigentlich nicht. Ja, aber geile Erfindung eigentlich, ne? Also ein Keller für Lagerräume oder generell Lagerräume ist schon ein interessantes Geschäftsmodell. Einen letzten Punkt habe ich hier noch stehen. Zum Thema, wie kann ich 500 Euro im Monat mehr verdienen? Das ist ja auch nur so der Platzhalter dafür. Ja, ein Side-Hustle oder eine Firma gründen. Ich weiß, für jeden Angestellten ist das jetzt ein bisschen, darf ich das überhaupt? Wie viel Zeit frisst das? Klärt das ab. Fragt euren Arbeitgeber, ob das okay ist, wenn ihr eine eigene Firma gründet und da abends zwei Stunden, am Samstag fünf Stunden Zeit reinsteckt. Genau. Mit einer Idee, die, ja, mit der man irgendwas, ja, wo man irgendetwas verkauft. Zum Beispiel kann, zum Beispiel eine Dienstleistung. Ein Mehrwert für andere Leute bietet. Genau. Macht euch Gedanken, was sind die großen Probleme unserer Zeit und löst die. Ja, also vieles unter dem Thema Nachhaltigkeit, jetzt gerade vieles zum Thema Stromverbrauch, Heizkosten. Wie heizen wir überhaupt in Zukunft? Offensichtlich ist Gas nicht der richtige Weg. Generell Haushaltskostenoptimierung gibt es ja auch, glaube ich, ist jetzt gerade auch ein großes Thema. Genau. Also wo kann ich einsparen, wie kann ich einsparen? Da bekommen Leute auch Geld für, für dieses Coaching oder für diese Dienstleistung. Sich die ganzen Konten anzugucken und zu sagen, hey, das sparen, das sparen, das sparen. So spart man sich aufs Jahr gesehen. Dann helft ihr den Leuten bei dem ersten Punkt, was wir heute besprochen haben, nämlich die Haushaltskosten zu optimieren. Ja, ist ein Point. Was noch? Handwerkliche Sachen verkaufen. Also Sachen, die ich. Ja, ich könnte was bauen, ich könnte irgendwas lackieren, ich könnte, ne? Wenn man so gut ist in irgendwelche, weiß nicht, Tische zu bauen. Aus der Quelle Hausboot, wissen wir, ne? Wir haben ja auch da ein Team gehabt, was das Hausboot gebaut hat, wovon eigentlich nur einer, glaube ich, richtig schweißen kann. Leute, wenn ihr schweißen könnt, dann seid ihr mit Gold nicht aufzuwiegen. Das wird händeringend gesucht. Das ist natürlich zum Thema Arbeitsschutz und was atme ich da ein und so. Da braucht man schon einen vernünftigen Arbeitgeber, der einem da auch alles richtig hinstellt. Aber wenn ihr schweißen könnt, habt ihr immer einen Job. Ja. Könnt ihr auch mal überlegen, ob der Job, den ihr gerade macht, ob ihr den in 20 Jahren oder in 30 Jahren euch vorstellen könnt, den immer noch zu machen. Wenn nicht, lasst doch den Gedanken mal zu, dass ihr euch irgendwann vielleicht nochmal beruflich weiterentwickelt. Klar. Oder was verändert. Natürlich. Also gerade beim Thema Handwerk, ich kann das nur nochmal sagen, wir alle haben ein Haus mit einem Dach drüber, damit es nicht reinregnet. Und all die Handwerker, die dafür verantwortlich sind, dass das so bleibt, werden weniger. Also, und wenn ihr dann nur euch ein bisschen als Nebenjob damit engagiert, dann wird jeder Handwerksbetrieb dankbar für sein. Auf jeden Fall. Wenn es Leute gibt, die mitdenken, die nicht zwei linke Hände haben, das wird uns die nächsten Jahrzehnte begleiten. Sehe ich genauso. Ja. Was ist unser Fazit? Was ist einfacher? 500 Euro einzusparen oder 500 Euro zu verdienen? Oder sollte man beides versuchen? Und also, gerade in der jetzigen Zeit? Ja, gut. Es ist natürlich schwierig, wirklich eine konkrete Aussage zu treffen, einfach wegen des Gehaltsgefüges. Was ich auch gesagt hatte. Oh, ein Punkt fällt mir noch ein. Und zwar zum Thema Gehalt. Man könnte mit dem Arbeitgeber auch besprechen. Pass auf. Bevor du mir mehr Gehalt zahlst, möchte ich mehr Zeit haben. Ich mache meinen Job gut, gewissenhaft und schnell. Ich möchte freitags nicht mehr arbeiten. Ich komme montags bis donnerstags, gebe voll Gas und freitags kann ich mich mehr um meine Familie kümmern, kann ich irgendein Zeitbusiness aufbauen. Da hätte ich den ganzen Freitag für Zeit. Muss das nicht nach der Arbeit machen, dann ist man schon kaputt, da ist der Kopf schon ausgeraucht vom Tag. Da sind Arbeitgeber heutzutage, glaube ich, auch für offen, weil die Kosten, die du mit deinem Gehalt ja für die Firma ausmachst, bleiben gleich. Vielleicht sinken sie sogar, wenn du einen Tag weniger da bist. Aber du hast einen Tag mehr Zeit für deine ganzen anderen Projekte. Auf jeden Fall. Das könnte ja auch noch ein Punkt sein. Gut, wahrscheinlich auf die Arbeitszeit gerechnet ist es natürlich irgendwie so eine kleine Gehaltserhöhung. Aber natürlich muss man den Tag dann auch produktiv nutzen. Ja, genau. Also man kann hier jetzt nicht mit, ich shoppe jeden Freitag. Na, wenn wir das unter dem Punkt, wir wollen entweder mehr einnehmen oder Geld sparen sehen, dann nicht. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, auch so ein Thema. Auf jeden Fall. Weil Zeit ist kostbar. Wir haben darüber gesprochen, kann man Zeit kaufen. So direkt nicht. Du kannst eine teure Uhr kaufen, aber keine Zeit. Der Spruch ist nicht von uns. Also macht euch mal Gedanken dazu. Auf jeden Fall. Um meinen Gedanken nochmal zu vervollständigen. Ich weiß tatsächlich nicht, was einfacher ist. Ich glaube, es ist so eine Kombi. Also 500 Euro ist natürlich auch eine Menge Geld, wenn man es so betrachtet. Also ja, ich glaube, wenn beides hälftig angepasst wird, dann ist es ja auch so gesehen 500 Euro gespart. Achso, 250 in die eine und in die andere Richtung. Ja. Klar, vielleicht ist das auch die Antwort. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich das Einfachste. Weil der Weg von beiden Sachen nicht so weit ist. Ja. Das glaube ich auch. Ich glaube, so Mittelweg ist es. Cool. Wichtige Erkenntnis. Ich wollte über das Thema schon länger sprechen mit jemandem. Schön, dass ich das mit dir machen konnte. Ja, danke auch. Wie lange haben wir jetzt auf der Uhr? Wir sind bei 35 Minuten. Oha. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Länge, um euch in das Wochenende zu entlassen. Auf jeden Fall. Mir hat es wie immer sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, danke. Wir wünschen euch allen ein hoffentlich noch sonniges Herbstwochenende. Die Blätter kommen langsam runter. Die Sonne guckt da mal durch. Macht mal ein Foto. Wenn ihr morgens zur Arbeit geht, bleibt mal kurz stehen. Zehn Sekunden reichen. Guckt mal in die Sonne. In der Sonne stehen bleiben. Genau. Kurz mal Vitamin D tanken. Durch die Buche durch oder durch die Blätter durch. Ja. Lasst euch nochmal wärmen. In diesem Sinne. Alles, alles Gute. Und bis nächste Woche. Genau. Bis nächste Woche. Ciao.